Die Villa von Ben Ali Dies ist die Villa von Ben Ali in El Cantawi. Neben der Villa von Ben Ali, die zum Verkauf steht, werden zig Villen gebaut von reichen Tunesiern. Die Villen, die haben enorme Ausmaße, wie man hier sieht. Ein Rundblick zum Strand von El Cantawi aus der Höhe der Villa von Ben Ali. Das Mahava Palace und der Neubau von einem Rui Hotel. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Villa von Ben Ali in El Cantawi.